hallo liebe die frage die gents und jean farmer chats herzlich willkommen zu meinem sonntagsvideo über die frei und professionelles hier farming schön dass du mein video schaust und ich freue mich schon richtig heute geht es nämlich um ein thema das mir sehr am herzen liegt und zwar sind das die landing plattformen wienes compound aber cream und wie sie alle heißen und zwar ist das ein super wertvolles tool wenn man im defy bereich unterwegs ist denn mit diesem tool kann man sein risiko managen und aus gegebenem anlass mache ich dieses video heute weil diese woche hatten wir ja zwei extreme dips zwei extreme damms besser gesagt nämlich am letzten sonntag ging alle crypto kurse erstmal richtig runter der bitcoin hat glaube ich so 15 20 prozent verloren und die anderen crypto währungen noch viel mehr dann ist es in der ganzen woche mal wieder ein bisschen hochgegangen auch ganz besonders krass bei ethereum und bei beinen es ist sehr stark ist sehr stark hochgegangen der ethereum kurs hat sogar ein neues all time high erreicht und dann gestern also das heißt ich nehme das video heute am freitag den 23 vierten hier auch für euch und gestern donnerstag ist tatsächlich sind die kurse also in der nacht von donnerstag auf freitag noch mal 10 15 20 prozent runter gegangen bei einigen altcoins sogar um 30 40 prozent das ist schon ziemlich extrem wir haben das dieses jahr eigentlich noch gar nicht richtig erlebt dass man also direkt zwei solche damms in einer woche hat und dann auch noch in dieser größenordnung das also etwas das hier und wahrscheinlich teilweise auch ein bisschen kalt erwischt hat und ich möchte jetzt in diesem video und darauf freue ich mich wirklich schon die ganze zeit schon seit wochen ich wollte wirklich immer mal wieder ein video darüber machen nämlich wie man mit wien es eigentlich es schafft diese situation einigermaßen abzufedern wie man hier also mit wien es oder mit anderen landing plattformen auf anderen blockchains sein risiko hätschen kann aber da hat er die kurse tendenziell über die letzten monate er immer gestiegen sind ist es eigentlich nie wirklich dazu gekommen da praktisch mal was zeigen zu können und wirklich gut darauf einzugehen und jetzt ist es also passiert das ist vielleicht wenn ihr jetzt betroffen seid von diesem dump das einzig gute daran dass ihr jetzt von mir ein video bekommt in dem ich euch zeige wie man mit solchen sachen umgeht und vor allem wie einem wie man es schafft dass einem diese damms und dips größtenteils total egal sein können denn wir können mit wien es oder mit den anderen landing plattformen ganz flexibel auf diese marktsituation reagieren und vor allem können wir vorplanen können überlegen was passiert wenn und können unsere position so aufstellen dass ein solcher dump uns nicht mehr besonders hart trifft und da kommt natürlich das thema liquidation ins spiel das hört sich immer sehr unangenehm an das heißt also wir leihen uns irgendwie geld und dann haben wir eine sicherheit hinterlegt und dann kommt irgendwann eine an und schnappt sich dann quasi unsere sicherheit und wir stehen dann ohne die coins da und da haben natürlich alle ein bisschen angst vor und das ist eigentlich komplett unnötig denn diese liquidation die sind im prinzip gut und ich möchte euch ganz gerne auch zeigen warum mich das thema liquidation im grunde völlig kalt lässt und das zeige ich euch jetzt in diesem video wir gehen hier schritt für schritt vor ich sage auch jetzt noch dazu ich habe das video wieder aufgezeichnet dies ist nicht live das liegt einfach daran dass diese zusammenhänge nicht so einfach zu erklären sind wenn man das also live macht weil dann muss ich irgendwas aufmalen und das wird dann ganz durcheinander und manchmal vergesse ich auch ein paar themen weil im live stream kann ich dann also muss ich ja dann quasi alles improvisieren und daher nehme ich sowas auf jetzt und da kann ich auch ein paar schaubilder einfügen und euch genau zeigen und veranschaulichen was ich meine das ist besser als live so und jetzt geht's los als erstes geht es jetzt darum erstmal zu verstehen was ist eine landing plattform landing mit e ne also wie ausleihen nicht wie landen das schon mal wichtig dass man also zum verständnis dass man jetzt nicht denkt es geht hier um irgendwelche lande plattformen oder sowas vom flughafen sondern oder vom raumhafen sondern es geht hier wirklich ums verleihen von geld und ums ausleihen von geld oder von assets auf der block chain das ganze ist komplett dezentral aufgebaut das heißt also auf wien ist oder den anderen landing plattformen arbeiten im hintergrund smart contracts diese smart contracts sind vollkommen durch automatisiert im besten falle meist dass bei den großen plattformen sind die auch auditiert also das heißt da wurde im prinzip von experten geprüft ob diese plattformen sicher sind und die basieren auf einer code basis die schon sehr alt ist haupt ich denke es kommt von compound es kann auch sein dass aber vor compound war das weiß ich nicht mehr so ganz genau jedenfalls ist das schon etwas mehr als ein jahr alt also eine gefühlte totale ewigkeit für den die fall bereich und da da auch milliarden von assets milliarden dollar werte drin liegen ist es eigentlich sehr wahrscheinlich dass diese plattformen sicher sind denn wenn da also jetzt größere sicherheitslücken drin wären dann wären die auch schon längst ausgenutzt worden so und jetzt geht es erstmal darum wie funktionieren diese landing plattformen was kann man da machen und was kann man da rausziehen das zeige ich jetzt jetzt bekommst du von mir erstmal einen überblick welche landing plattform ist auf welcher block chain überhaupt gibt ich werde hier natürlich nicht alle nennen können sondern nur eine auswahl die das sind hier glaube ich die wichtigsten landing plattformen sicher habe ich auch die ein oder andere vergessen wenn ihr irgendwelche davon wisst die hier fehlen schreibt es doch einfach in die kommentare rein dann haben andere user auch was davon und können mal gucken können sich die sachen auch mal angucken heute erkläre ich auch nicht die ganzen praktischen sachen also was man hier drücken muss und was man wo eingeben muss und so weiter das habe ich in meinem defy tutorial behandelt da zeige ich jetzt gleich einen link da könnt ihr das dann schauen könnt ihr euch schlau machen wenn ihr noch nicht wisst wie man das benutzt jetzt geht es hier darum euch fit zu machen wie ein boss dass ihr diese dinge quasi bis zum anschlag ausnutzen könnt und dass ihr genau wisst was ihr tut wenn ihr das verwendet also wir sind hier bei venus venus ist auf der beiden smart chain und meines wissens auf keiner anderen blockchains verfügbar dann gibt es cream cream ist verfügbar auf ethereum und auf beinance allerdings die assets die hier aufgelistet sind wir sind hier jetzt auf beinance das sieht man hier an diesem gelben feld wo beinance drin steht auf der beinance margin gibt es hier andere assets als auf ethereum basis wie schalte ich das ganze um von beinance nach ethereum indem ich im wallet einfach das netz umstelle auf ethereum in dem moment lädt sich hier die seite neu und ich bekomme hier also dann andere assets angezeigt denn bei beinance sind die assets die zur verfügung stehen unterschiedlich das sehe ich zum beispiel daran hier bei beinance war cake ein mögliches asset und hier bei ethereum ist zum beispiel der curve token ein mögliches asset es gibt ein paar schnittmengen aber man muss natürlich beachten wenn ich jetzt auf ethereum bin und ich leih mir zum beispiel ich arbeite hier mit dem tether dann ist er nicht automatisch auch auf beinance verfügbar sondern der ist dann nur auf ethereum klar so dann gibt es noch compound compound ist meines wissens eine der ältesten landing plattformen die es gibt compound ist verfügbar auf ethereum und ich glaube compound hat vor eine eigene die fall blockchain rauszubringen da ist aber die frage wie sich das durchsetzen wird ich habe eigentlich seit dem announcement von dieser blockchain nichts mehr gehört liegt vielleicht daran dass im hintergrund gearbeitet wird aber es ist auch die frage wie sich sowas durchsetzt wir haben also hier compound auf ethereum compound hat einen eigenen token das ist der komp und der komp ist ein reward token den ich also zusätzlich bekomme wenn ich hier mit mache dann gibt es noch aber aber ist meines wissens verfügbar auf der ethereum blockchain und auf polygon das sieht man hier polygon damit habe ich ja diese woche auch angefangen da zu arbeiten und polygon ist ganz ganz spannend weil die weil diese block chain noch relativ frisch ist die ist sehr sehr schnell sehr sehr günstig und ziemlich eng verzahnt mit ethereum das ist eine skalierungs lösung für ethereum und nach und nach kommen hier neue projekte ich kann euch total empfehlen da mal rein zu schauen ihr seid quasi noch mit einer der ersten die da unterwegs sind schaut euch mein video an macht da einfach mal ein bisschen paar erste schritte und probiert das ganze mal aus zum beispiel indem ihr mit arbeite dort ja das sind erstmal im groben die landing plattform bei wien ist kann ich jetzt nicht einfach so beliebige summen als darlehen nehmen denn ich muss ja immer eine sicherheit hinterlegen und der wert der sicherheit muss in einem bestimmten verhältnis stehen zu dem was ich mir nehme was ich mir an darlehen hier nehme und hier brauche ich immer sicherheit die mehr wert ist als das was ich als darlehen nehme denn kryptowährung schwanken ja sehr stark in wert stable coins natürlich nicht aber da ja hier alle möglichen assets erlaubt sind wie zum beispiel eben auch kryptowährung wie der xxp oder der bitcoin oder der litecoin oder der ripple oder so kann es ja sein dass hier die supply seite also das was ich hier eingelegt habe im wert so stark schwankt das vor allem sinkt im wert sinkt das der wert der darlehen die ich entnommen habe eben sehr viel größer wird denn wenn der bitcoin runterfällt und ich hier zum beispiel stable coins entnehme dann kann es sein dass also hier das was ich als supply eingezahlt habe nicht mehr so viel wert ist wie das was ich entnommen habe und dann ist meine ganze position hier nicht mehr vernünftig abgesichert das risiko tragen diejenigen die hier es jetzt zur verfügung stellen das kann nicht sein weil wenn das so wäre dann würde kein mensch hier es jetzt zur verfügung stellen denn klar wenn jeder wenn sich plötzlich der kurs von bitcoin sehr schlecht entwickelt und alle leute die hier geld schulden dann plötzlich mit dem geld weglaufen dürfen weil sie sich das geliehen haben und deren supply halt nichts mehr wert ist wenn also die deren sicherheiten nicht mehr ausreichen um die darlehen wirklich zu besichern dann würde kein mensch mehr hier wirklich irgendwie es zur verfügung stellen deshalb muss diese plattform sicherstellen dass die assets auf der linken seite auf der supply seite immer mehr wert sind als die auf der auf der darlehen seite und das passiert indem der smart contract quasi die wert den us dollar wert überwacht die us dollar werte überwacht und wenn hier ein missverhältnis auftaucht das heißt also wenn die supply balance nicht mehr ausreicht um das darlehen zu besichern dann wird diese position liquidiert und beim liquidieren sprechen wir dann davon dass diese plattform automatisch die sicherheiten die hier liegen zum verkauf anbietet und andere also diese assets kaufen können und der erlös der wird dann genutzt um quasi die rechte seite abzudecken also wenn hier der die supply balance runter geht unter einen bestimmten wert werden solange es verkauft und dann der erlös genommen bis diese borough balance hier entsprechend niedriger ist und das verhältnis hier wieder stimmt und dieses verhältnis zwischen supply und borough balance nennt man eben den collateral faktor also das ist ein faktor der hier zwischen den beiden stimmen muss und dieser faktor ist bei wien es theoretisch bei allen assets unterschiedlich aber zurzeit ist er einheitlich auf der ganzen plattform 60 prozent also muss darf die borough balance nicht höher sein als 60 prozent von der supply balance und dass die 60 prozent von der supply balance das nennt man das borough limit das ist eigentlich total klar weil wenn die borough balance nur 60 prozent von der supply balance betragen darf höchstens 60 prozent betragen darf dann ist das ja ein limit eine obergrenze und deshalb kann man davon ein borough limit sprechen und das beträgt zurzeit bei allen assets 60 prozent das ganze wo man steht in bezug auf dieses borough limit das sieht man hier an diesem balken der sagt jetzt aus dass ich zurzeit 89 prozent von dem borough limit ausgenutzt habe das bedeutet also ich habe hier 89 prozent von den 60 prozent ausgeschöpft das sind also zwei prozenten die quasi miteinander multipliziert werden müssen und das schauen wir uns jetzt mal auf auf quasi auf einem blatt papier an schwarz auf weiß etwas abstrahiert von dieser oberfläche hier und jetzt mal ein beispiel mit ganz konkreten zahlen ich habe jetzt mal hier angesetzt dass wir also 0,4 bitcoin einlegen bei wien ist und die sind jetzt zum aktuellen zeitpunkt 24.000 us dollar wert und der kurs vom bitcoin liegt dann damit also jetzt bei 60.000 us dollar zu dem zeitpunkt der einlage und wir leihen uns jetzt hier 12.000 b usd die sind dann eben 12.000 us dollar wert weil es ist ja ein stable coin der ist ja an den dollar gebunden also ist 12.000 us dollar jetzt hier eingelegt worden und der erste begriff den wir jetzt hier schon öfter genannt haben der ist die supply balance und die supply balance das ist der wert meiner einlage in us dollar gerechnet und das schon mal ganz wichtig die supply balance ist nicht 0,4 bitcoin sondern die supply balance ist 24.000 us dollar weil die supply balance wird immer in us dollar gerechnet warum ist das ein wichtiger unterschied weil der bitcoin im wert schwankt wenn der bitcoin kurs sich verändert verändert sich meine supply balance und das kann man bei wien ist auch immer sehr schön sehen und bei den anderen landing plattformen auch die supply balance die verändert sich dauernd und häufig wird die supply balance der wert neu berechnet und zwar mit jedem einzelnen block also bei einem zum beispiel alle 15 sekunden man kann das richtig sehen wenn man also längere zeit auf die supply balance bei wien schaut dann ändert sich dauernd der wert und das liegt daran dass mit jedem block diese supply balance neu berechnet wird die kurse kommen aus irgendeinem oracle das heißt die werden entweder von außen auf die blockchain geschrieben oder es wird bei bestimmten exchanges nachgeschaut wie der letzte kurs war zum beispiel könnte man das machen bei pancakes walk und so das thema ist ein thema für sich weil das ist tatsächlich viel komplizierter als man denkt jedenfalls gibt es bei wien ist eine ein mechanismus der regelmäßig den us dollar wert dieser balances der supply balance berechnet aus dem aktuellen kurs und die supply balance ist us dollar der wert der einlagen in us dollar der supply ist das asset 0,4 btc also mein supply ist 0,4 btc aber die supply balance ist 24.000 us dollar da auch noch mal wichtig zu verstehen der supply die 0,4 btc bleiben konstant weil ich lege 0,4 btc ein und die bleiben 0,4 btc außer zinsen die steigen ein bisschen weil ich zinsen bekomme aber grundsätzlich 0,4 btc ist die einlage supply supply balance ist der wert in us dollar und der verändert sich dauernd wenn ich jetzt bei wien ist ein collateral faktor von 60 prozent habe das heißt also wenn ich mir von der supply balance maximal 60 prozent leihen kann dann beträgt mein borrow limit also das was ich mir maximal leihen kann in us dollar gerechnet beträgt dann 14.400 us dollar weil 14.400 us dollar sind 60 prozent von 24.000 us dollar mein borrow limit ist also die obergrenze dessen was ich mir leihen kann in us dollar ausgedrückt die borrow balance ist das was ich mir tatsächlich ausgeliehen habe auch in us dollar ausgedrückt mein borrow ist das was ich mir in assets ausgeliehen habe und das borrow also das ist im prinzip der das sind die assets die ich mir wirklich ausgeliehen habe sind hier in diesem fall b usd und die borrow balance das sind diese b usd in us dollar ausgedrückt und in diesem fall ist das tatsächlich identisch also in dem fall kann man weil ja der us dollar und der busd denselben wert haben zumindest in der theorie und in dem fall kann man also diese begriffe austauschbar verwenden aber ich empfehle diese begriffe mit einer trendschärfe zu verwenden weil nur so versteht man dann auch was da wirklich abläuft und die borrow balance kann in der tat theoretisch auch schwanken weil erster fall was ist wenn der busd sein dollar pack verliert also das heißt wenn der auf einmal aus irgendeinem blöden grund nicht mehr ein us dollar wert ist ein busd kann ja tatsächlich auch weniger als ein us dollar wert sein zum beispiel wenn beinance pleite ist und alle leute von beinance bei busd ist ja ein stablecoin der von beinance abgedeckt wird das heißt wenn ich jetzt also wirklich dollar haben will muss ich dann zu beinance gehen und die umtauschen also gebe ich meine busd da ab und kriegt dafür dann us dollar auf mein konto bankkonto und wenn jetzt beinance pleite ist dann ist mein busd nichts mehr wert weil ich kann nichts ich kriege von denen keine us dollar mehr kann ich noch so irgendeinen blöden suchen der mir dafür usdt gibt oder sowas aber ansonsten sind die weg das heißt also meine borrow balance kann tatsächlich auch in diesem beispiel im wert schwanken und natürlich im zweiten fall was ja viel geläufiger ist das ist wenn ich mir nicht ein stablecoin leihe sondern wenn ich mir ein anderes asset leihe wie zb den ether oder den bnb oder keine ahnung irgendwas was einen kurs hat dann kann natürlich auch die borough balance schwanken weil wenn sich der kurs verändert schwankt natürlich die borough balance das heißt die borough balance ist der wert meiner entnahme in us dollar meine entnahme heißt borrow und mein borough limit das ist quasi habe ich ja gerade gesagt die der wert den ich mir max in us dollar ausgedrückt den ich mir maximal nehmen kann als darlehen so und in diesem beispiel hier habe ich 83 prozent vom borough limit ausgeschöpft weil mein borough limit beträgt 14.400 ich habe davon 12.000 dollar ausgeschöpft das sind 0,83 wenn ich das dividiere und das sind also 83 prozent ich habe 83 prozent vom borough limit ausgeliehen und mein borough limit das liegt bei 14.400 us dollar diese zwei prozent 60 prozent und 83 prozent haben also eigentlich nichts miteinander zu tun man kann nur sagen 83 prozent von 60 prozent vom supply sind hier ausgeschöpft so kann man das ein bisschen im gehirn jonglieren ist aber jetzt eigentlich gar nicht so wichtig dann gibt es ein liquidation point und der liquidation point das ist quasi der punkt an dem das verhältnis zwischen supply und borough supply balance und borough balance nicht mehr 60 prozent beträgt sondern eben mein meine schulden mehr sind als 60 prozent vom supply in us dollar ausgedrückt und das ist gar nicht so einfach zu berechnen wie es auf den ersten blick aussieht weil die allermeisten denken dass sie bei 14.400 us dollar also bei 100 prozent vom borough limit liquidiert werden und das ist auch richtig so 100 prozent von borough limit aber die 100 prozent vom borough limit sind nicht 14.400 us dollar wenn die supply seite im wert schwankt weil wenn die supply seite im wert runter geht dann geht auch das borough limit runter so und das und das heißt wir müssen ein bisschen andersrum rechnen und es lohnt sich wirklich wenn man eine position bei wien es aufmacht sich den liquidation point selber mal auszurechnen und zu wissen wenn der wert meiner assets auf einen bestimmten punkt sinkt dann werde ich liquidiert nehmt diesen liquidation point nicht als gegeben an weil wenn ihr nämlich irgendwie die position aufmacht dann seht ihr quasi ein borough limit und dann denkt ihr bei 14.400 werde ich irgendwie liquidiert das ist ja noch eine ganze weile weg von 24.000 und das stimmt nicht und man rechnet das also so aus 12.000 us dollar die frage ist jetzt wann sind 12.000 us dollar 60 prozent vom supply also wie hoch muss der supply sein oder wie niedrig muss der supply sein damit 12.000 us dollar 60 prozent sind und das macht man indem man also 12.000 us dollar durch 60 prozent rechnet also durch 0,6 und das sind 20.000 us dollar heißt also wenn der wert meine einlage wenn meine 0,4 bitcoin nicht mehr 24.000 us dollar wert sind sondern nur noch 20.000 us dollar wert sind also der kurs soweit gefallen ist dann ist die liquidierung dann kann meine position liquidiert werden und in diesem fall ist das bei 20.000 us dollar wichtig 20.000 us dollar das muss ich also im prinzip ein bisschen im auge behalten wenn ich das hier mache ich erzähle aber gleich noch ein paar sachen dazu weil liquidierung ist ein thema für sich da gehen wir jetzt gleich darauf ein aber was man machen kann ist wenn man das jetzt weiß dass man also bei 20.000 us dollar supply balance liquidiert wird dann kann man auch einen kurs berechnen an dem die liquidation stattfindet nämlich der kritische bitcoin kurs sozusagen so habe ich das jetzt mal genannt wie ist der das heißt 0,4 bitcoin sind nur noch 20.000 us dollar wert und das bedeutet für den kurs eben das ist dass der ein bitcoin 50.000 us dollar wert ist das heißt wenn der kurs von bitcoin von 60.000 auf 50.000 us dollar fällt dann kann meine position liquidiert werden diese information 50.000 us dollar liquidierung die kann ich nutzen um jetzt zum beispiel mir ein price alert zu setzen mich also benachrichtigen zu lassen wenn dieser punkt erreicht ist oder sogar wenn ich etwas drüber bin etwas vorher dass ich reagieren kann ein beispiel wäre ich gehe zu coin gecko mache mir hier ein account also mache mir ein eigenes profil und dann kann ich hier auf der seite von bitcoin also das heißt hier in der liste gehe ich auf bitcoin dann kann ich hier auf diese glocke klicken klicken also wenn ich hier draufklicke dann kann ich hier einen preis eintragen bei dem ich eine benachrichtigung bekomme zum beispiel über e mail was aber auch geht ist ich kann mir die coin gecko app aufs handy machen und dann werde ich also quasi mit einer nachricht auf dem handy informiert wenn zum beispiel ich würde da mir ein bisschen zeit lassen also ich würde das nicht bei 50.000 jetzt in dem beispiel machen sondern eher bei 52.000 oder so dass ich noch ein bisschen zeit habe zu reagieren kann ich das hier abspeichern und dann bekomme ich halt ein alert aufs handy das ist also eine anwendungsmöglichkeit davon das ganze know how das ich jetzt hier raus gewonnen habe das kann ich jetzt zum beispiel nutzen um bei venus eine long position aufzumachen long position das ist quasi eine position die ich aufmache wenn ich glaube dass der wert eines bestimmten assets steigt also hier in diesem fall wäre das der bitcoin der bitcoin wenn ich also der meinung bin dass er in zukunft steigt dann bin ich long bitcoin so nennt man das und wenn ich long bitcoin bin dann mache ich eine long position auf die davon profitiert dass der bitcoin in zukunft steigt das schöne an wie es ist wenn ich das hier mache das ist dass ich nicht wirklich selber entscheiden muss wann ich den bitcoin verkaufe ich muss den bitcoin eigentlich überhaupt nicht verkaufen um von dieser long position zu profitieren denn normalerweise ist es so ich gehe jetzt davon aus dass der bitcoin steigt dann kaufe ich mir einen dann warte ich warte ich warte ich warte ich und irgendwann ist der oben dann verkaufe ich den in der ganzen zeit bin ich aber nicht liquide weil ich habe mein geld meine assets meine usd oder was auch immer meine us dollar was auch immer ich habe euro oder so ausgegeben für die bitcoin dann sind die weg und die bitcoin muss ich jetzt hodeln 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 während der kurs steigt und in der zeit kann ich damit nichts machen und jetzt kommt bin es ins spiel und dann schauen wir uns das mal an wie das abläuft angenommen ich mache das also jetzt so wie in dem beispiel beschrieben ich leihe mir jetzt also ein gegenwert in us dollar ich lege die bitcoin rein und dann leih ich mir quasi den entsprechenden gegenwert in us dollar und dann habe ich plötzlich beides ich muss nicht mehr warten 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 bis das ding steigt sondern ich habe sofort meine us dollar und das das coole ist in diesem beispiel ist es so der kurs liegt bei 60.000 us dollar pro bitcoin ich habe also 0,4 bitcoin eingelegt meine supply balance ist dann 24.000 us dollar und quasi der liquidation point das heißt also wenn der kurs fällt dann wird wenn meine supply nur noch 20.000 us dollar wert ist liquidiert und das führt dann dazu dass der kritische kurs auf den ich aufpassen muss bei 50.000 us dollar liegt das haben wir gerade besprochen was passiert jetzt wenn der bitcoin steigt also wenn das jetzt funktioniert was ich vorhabe dann steigt der kurs zum beispiel von 60.000 auf 70.000 us dollar mein supply ist jetzt also 28.000 us dollar wert meine supply balance ist also 28.000 us dollar wert und das heißt mein borough limit das steigt weil der supply balance steigt steigt ja auch das borough limit das bedeutet ich habe also hier 16.800 us dollar neues borough limit und dadurch kann ich mir eben mehr leihen wenn ich jetzt meine position hier relativ safe spielen will dann sage ich ich nutze jetzt das borough limit nicht voll aus weil ich will jetzt nicht durch jede kleinste kurs schwankung in die falsche richtung liquidiert werden lasse ich also einen sicherheitspuffer und deshalb nehme ich nur 80 prozent vom borough limit am anfang habe ich mir deshalb 11.520 us dollar geliehen und jetzt weil mein borough limit gestiegen ist sind auch die 80 prozent also meine meinen meinen safety mein sicherheitspuffer der ist also auch gestiegen und das heißt ich kann mir jetzt theoretisch sogar 13.400 us dollar leihen jetzt kann ich mir also noch mal 1880 us dollar leihen mit demselben risiko denn ich bin immer noch bei 80 prozent vom borough limit das war ich vorher auch ich kann mir also einfach 1880 dollar noch mal nehmen nur weil der kurs gestiegen ist und der vorteil ist hier ich habe bitcoin und ich habe us dollar ich kann also sofort weiter arbeiten ich muss nicht auf den bitcoin rumsetzen und warten bis ich irgendwann mal entnehme ich habe also das beste aus beiden welten und je mehr der kurs steigt desto mehr kann ich entnehmen und gleichzeitig habe ich einen sicherheitspuffer von ungefähr 20 prozent wie auch immer man das jetzt bewerten möchte dass ich also im prinzip wenn der kurs ein bisschen sinkt ich immer noch abgesichert bin weil ich habe ja immer noch diesen puffer bis zur liquidierung das ist natürlich insoweit auch ein bisschen riskant anders als jetzt beim rodeln weil beim rodeln kann ich nicht liquidiert werden also ich habe die bitcoin die gehören mir solange der ganze solange ich die nicht irgendwie liquidiere oder ausgebe solange gehören die mir da kann nichts passieren während hier in diesem fall wenn jetzt der kurs zu sehr sinkt und mein borough limit eben dann auch zu sehr angegriffen ist und ich bei 100 prozent von meinem borough limit bin dann passiert die liquidierung und das ist eventuell auch ein vorteil denn es ist ja so dass durch die liquidierung ich bei einem bestimmten bitcoin kurs dann auch automatisch verkaufe denn die liquidierung ist ja nichts anderes als ein verkauf aus meinem portfolio und darauf gehen wir nachher nochmal im detail ein jetzt aber erstmal der andere fall ich möchte jetzt eine short position aufmachen eine short position ist das gegenteil einer long position in diesem fall wäre ich also short bitcoin ich glaube also dass der bitcoin in zukunft fallen wird und nicht steigen wird und wenn ich das glaube dann mache ich eine position auf die davon profitiert dass der bitcoin fällt und das kann ich bei venus und bei den landing plattformen machen indem ich das prinzip von eben komplett umdrehe ich leihe mir jetzt ein volatiles asset und ich lege ein als supply ein stable coin warum mache ich das weil das volatile asset das ist der bitcoin und wenn ich glaube dass der fällt und ich leihe mir den dann fällt der wert meiner schulden das heißt mit der zeit werden meine schulden geringer wenn der bitcoin im kurs fällt dann wird der wert meiner schulden geringer über die zeit und das führt dazu dass ich mir auf dem weg nach unten während der kurs fällt immer wieder neue bitcoins leihen kann weil ja mein supply meine sicherheit im wert gleich bleibt mein borrow also dadurch steigen kann meine borrow balance wird geringer weil der wert meiner schulden geringer wird wird auch meine borrow balance geringer weil die geringer wird habe ich mehr abstand zu diesem punkt bis zu dem ich mir etwas leihen möchte also diese 80 prozent der abstand wird größer weil dieser abstand größer wird kann ich also immer wieder entnehmen und das mache ich in form von bitcoin ich habe also wenn ich eine schaut position aufmache bei wien ist und das funktioniert der kurs also wirklich fällt dann kann ich mir immer mehr bitcoin entnehmen und immer mehr bitcoin rausnehmen meine bitcoin in meinem wallet werden dann steigen und der supply der bleibt ja stabil bei wien ist weil es ist ein stable coin natürlich gibt es auch hier eine liquidation und die tritt dann ein wenn der kurs nicht fällt sondern steigt weil dann steigt ja der wert meiner schulden und das bedeutet dass auf der anderen seite wenn da ein stable coin steht dass also der supply nicht steigt der bleibt immer gleich die sicherheit die ich hinterlegt habe bleibt im wert gleich während die schulden steigen und dann ist irgendwann dieses 60 prozent limit auch erreicht und in diesem fall würde also auch eine liquidation stattfinden auch hier eigentlich gar nicht so schlimm weil ich hätte ja dann relativ günstig eine ganze menge von bitcoins eingekauft auf dem weg nach unten und dann geht es wieder hoch aber die bitcoins gehören mir immer noch weil jetzt diese short position eher selten vorkommt zumindest bei mir ich mache die eigentlich fast nie gehe ich ja jetzt auch gar nicht auf die einzelnen rechenwege ein ich habe das jetzt hier einfach nur eingeblendet und wenn ihr lust habt könnt ihr euch ja das hier auf pause drücken und in ruhe nachrechnen oder wenn ihr wirklich eine short position aufmachen wollt dann schaut euch das einfach nochmal an und vollzieht den rechenweg nach und natürlich gibt es auch hier einen kritischen kurs und das überlasse ich jetzt einfach mal euch den rechenweg dahin zu finden jetzt schauen wir uns mal die liquidierung an ich habe jetzt hier mal angenommen wir sind in einer long position bei venus das ist dieselbe long position die wir auch am anfang durchgerechnet haben und zwar haben wir also 0,4 bitcoin hinterlegt als collateral bzw als supply und wir haben uns 11.520 b usd geliehen der kurs liegt jetzt bei 60.000 bitcoin 60.000 us dollar pro bitcoin und wir sind da jetzt also in der long position drin das bedeutet wir haben auch ein liquidation point dann relativ weit unten liegt und jetzt nehmen wir diese 11.520 b usd und gehen damit zum beispiel zu ellipsis zu irgendeinem projekt was gerade gestartet ist und ziehen uns da die ganze zeit die rewards raus die 11.520 b usd die arbeiten also jetzt die ganze zeit für uns und gleichzeitig steigt jetzt der bitcoin kurs das natürlich für uns total gut wir entnehmen also mehr und mehr und mehr b usd wie ich das eben beschrieben habe und weil wir das machen steigen ja unsere schulden zwar auch der wert unseres supplies also unsere supply balance steigt aber unsere borrow balance steigt auch damit steigt unser borrow limit aber wir bewegen uns immer an das borrow limit ran wir ziehen also immer schön nach und schmalen das alles immer direkt in bei ellipsis ein und deshalb arbeitet jetzt immer mehr geld für uns bei ellipsis das ist aber jetzt hier in dem beispiel auch ein bisschen egal ich würde es nur sagen auf der seite passiert auch was und jetzt ist der kurs bei 130.000 dollar pro bitcoin und wir haben es jetzt geschafft uns hier immer mehr rauszunehmen und sind jetzt schon bei 25.000 usd die wir uns geliehen haben die bei ellipsis für uns arbeiten und rewards produzieren dann passiert das blöde jetzt fällt auf einmal der bitcoin kurs der ist jetzt an einem all time high so wie jetzt die letzte zeit und plötzlich kommt der dump und alles geht runter und wir haben nichts gemacht wir haben einfach nur gepennt haben diese liquidierung verpasst das bedeutet wir sind immer noch bei 0,4 bitcoin supply und wir haben immer noch 25.000 usd borrow balance oder besser gesagt us dollar borrow balance aber der kurs ist jetzt auf 104.000 dollar pro bitcoin gefallen und das ist unser liquidation point das ist also genau der punkt wo die rote gestrichelte linie dann die grüne kurve da schneidet und jetzt kommt die liquidierung die liquidierung passiert automatisch das wird durch bots erledigt die quasi das überwachen wie welche positionen hier in gefahr sind und wenn bei einer position der supply nicht mehr ausreicht also das borrow limit voll ausgeschöpft ist dann wird in dem protokoll freigeschaltet dass diese bots die hälfte vom supply verkaufen dürfen zu einem marktüblichen preis und diese bots beziehungsweise die betreiber dieser bots die bekommen einen gewissen bonus nämlich zehn prozent die dürfen also von diesem von dieser hälfte die verkauft wird zehn prozent behalten das vereinfache ich jetzt hier in dem beispiel aber das lassen wir mal weg es wird also die hälfte unseres supplies zum marktüblichen preis verkauft das heißt 0,2 bitcoin werden verkauft für 20.800 us dollar und das heißt wir haben immer noch 0,2 bitcoin in dieser position drin denn die hälfte ist weg für die hälfte von 0,4 also bleiben noch 0,2 drin und die sind ja auch 20.800 us dollar wert zu dem aktuellen kurs unsere position im supply bereich die supply balance die ist also 20.800 us dollar weil 0,2 bitcoin verkauft wurden hat es ja einen erlös von 20.800 us dollar gegeben und dieser erlös der wurde benutzt um unsere borrow balance runterzubringen das heißt man kann von den 25.000 dollar die wir uns geliehen haben jetzt 20.800 dollar abziehen denn durch den verkauf ist unsere borrow balance eben reduziert worden und die borrow balance die beträgt dann danach nur noch 4.200 us dollar wir haben also nur noch 4.200 us dollar schulden bei wienes wenn man das jetzt mal miteinander verrechnet dann ist unsere position bei wienes 16.600 us dollar wert denn auf der supply seite haben wir 20.800 auf der borrow seite haben wir 4.200 4.200 miteinander verrechnet ergibt 16.600 unsere position bei wienes ist noch 16.600 dollar wert aber wir haben ja noch 25.000 dollar bei ellipsis liegen und an diese 25.000 dollar kommt wienes nicht ran weil das einfach nicht so läuft wir haben uns die 25.000 us dollar da geliehen wir haben dafür eine sicherheit hinterlegt die sicherheit wurde liquidiert und wienes kann nicht zugreifen auf ellipsis also wir haben immer noch 25.000 us dollar bei ellipsis liegen und nochmal dazu gesagt natürlich mit den ganzen rewards die wir da bekommen haben die kommen nochmal oben habe ich hier aber auch aus einfachheit als aus vereinfachungsgründen weggelassen das kann man sich also ein bisschen so vorstellen wie ich habe ein haus ich möchte mir jetzt ein darlehen nehmen gehe ich zur bank hinterlegt das haus als sicherheit kriegt mein darlehen und dann gehe ich irgendwie zum autohändler und kaufe mir ein porsche der porsche gehört jetzt mir der steht vor der tür plötzlich kommt die bank an liquidiert mein haus dadurch habe ich keine schulden mehr bei der bank das haus ist auch weg aber der porsche steht ja immer noch da und der gehört mir auch immer noch und der porsche das ist das was bei ellipsis liegt also habe ich insgesamt jetzt 16.600 dollar position bei wienes plus 25.000 dollar bei ellipsis plus die rewards natürlich und das ergibt dann ohne die rewards 41.600 dollar und in diesem fall ist es jetzt so wenn ich gehudelt hätte dann also all das nicht gemacht hätte dann hätte ich hier an dem punkt auch 41.600 us dollar weil meine 0,4 bitcoin die sind jetzt hier in diesem beispiel zum zeitpunkt der liquidierung also bei einem kurs von 104.000 us dollar auch 41.600 us dollar wert so dass im prinzip hier überhaupt nichts passiert ist außer dass ich ja noch die rewards bei ellipsis habe die mir tatsächlich zusätzlich gehören ich habe also im vergleich zu dieser long position hier im fangen also diese long position hat im vergleich zum rodeln bisschen plus gemacht durch die rewards so und jetzt sind wir aber noch an dem punkt oben an der kurve wo der die liquidierung stattfindet und jetzt fällt der kurs immer weiter und dann ist irgendwann diese position hier mehr wert als der wert den meinen den ich hätte wenn ich gehudelt hätte weil ich bin ja beim rodeln dann irgendwann wieder ganz unten am anfang angekommen und habe überhaupt nichts verdient während beim bei der long position ich 25.000 dollar habe die bei ellipsis für mich arbeiten plus die rewards plus die paar krümel die dann am ende und meine position bei wien ist noch wert ist wahrscheinlich werde ich auf diesem weg nach unten noch ein zwei mal liquidiert dadurch wird sich die ritten die der wert dieser position immer weiter reduzieren aber wenn ich das vergleiche mit dem hodeln dann ist hodeln auf jeden fall sehr viel schlechter dran als diese long position das ist natürlich nur wenn es so richtig gut läuft so wie es hier dargestellt das ist der idealfall aber auch in anderen szenarien wie zum beispiel hier in dieser kurve in diesem kursverlauf ist die liquidation eigentlich kein wirkliches problem weil wir haben jetzt hier unsere unseren liquidation point quasi da wo wir anfangen ist er noch sehr niedrig und im nächsten schritt ziehen wir quasi unsere unsere borough balance immer weiter hoch wir leihen uns immer weiter geld der liquidation point steigt dann kommt die liquidierung und dann reduziert sich ja quasi meine borough balance und natürlich auch meine supply balance und dadurch bin ich also wieder in einem vernünftigen ausgewogenen verhältnis von sagen wir mal 60 prozent oder 80 prozent je nachdem wie es läuft vom borough limit und wenn der kurs dann wieder nach oben dreht dann kann ich im prinzip ja weiter weil ich ja mein borough limit noch nicht ausgeschöpft habe und der rest von meinem collateral ja wieder im wert steigt erneut immer mehr entnehmen und dann eben einen neuen liquidation point finden während ich quasi immer mehr geld entnehme nur die entnahme wird danach eben etwas geringer sein denn ich habe ja auch nicht mehr so viel supply da drin ich kann hier an allen möglichen schrauben drehen ich könnte zum beispiel auch noch mal bnb oder btc bitcoin hier nachlegen im supply bereich ich könnte also den supply bereich noch ein bisschen aufstocken wenn ich irgendetwas übrig habe ich könnte auch zum beispiel bei ellipsis im stablecoin pool eine entnahme machen dafür dann bitcoin kaufen die bitcoin auf die supply seite bringen und kann also hier quasi mein risiko und mein reward ein bisschen anpassen und das ist tatsächlich auch das stichwort hier nämlich risiko die frage ist also wie gehe ich mit meinem risiko um bienes vor allem so cdps collateralized debt positions bieten einem wirklich die möglichkeit entsprechend der marktsituation das risiko anzupassen das heißt wir können also an dem an verschiedenen stellschrauben drehen um unser risiko zu verändern dass wir eingehen und dann anpassen ich selber habe keine echten metriken keine messwerte oder berechnungsmethoden wie ich jetzt das risiko berechne das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu mühselig und das macht dann irgendwie auch keinen spaß manchmal ist es ja auch ganz schön risiken bewusst einzugehen weil es ja auch manchmal so ein thrill ist den man da hat für mich ist risiko eigentlich eher so ein psychisches thema denn ich merke einfach dass ich zu sehr einem risiko zu sehr ausgesetzt bin wenn ich zum beispiel schlecht schlafe weil ich in irgendeiner position drin bin und das mich nachts beschäftigt ich also überlegen muss wie gehe ich damit um was ist jetzt gerade los am markt während ich hier mich im bett hin und her wälze und das sind alles so zeichen bei denen ich dann einfach merke wenn das so ist wenn ich regelmäßig die kurse gucke normalerweise interessieren mich die kurse eigentlich gar nicht weil mein setup so ist dass ich im prinzip selbst wenn der liquidierung kommt das gefühl habe es ist immer noch positiv aber das ganze läuft auch schon mal ab und zu aus dem ruder dann merke ich irgendwie dass ich an die in diese ganzen sachen also ein bisschen zu sorglos reingegangen bin dass ich vielleicht auf der supply seite zu viel stehen habe oder die borrow seite zu weit hoch gezogen habe wenn ich also merke ich gucke regelmäßig die kurse oder ich denke nachts über diese dinge nach über die positionen nach wenn ich dauernd an meinen positionen rum schraube also es ist natürlich richtig bei einer long position immer mehr zu entnehmen auch regelmäßig aber es ist nicht sinn der sache dass jetzt alle vierte stunde zu machen oder alle zwei stunden mal für mein gefühl bei meiner vorgehensweise reicht es eigentlich einmal am tag da morgens zum beispiel nach dem frühstück mich da an den rechner zu setzen und dann eben diese die borrow seite ein bisschen hoch zu ziehen entnahme zu machen und zu reinvestieren und damit läuft eigentlich so ein investment bis auf die regelmäßigen arbeiten mehr oder weniger auf autopilot und ich habe mache mir eben keine sorgen wenn die kurse runtergehen im gegenteil ich freue mich dann über eine kaufgelegenheit und wenn das aus dem bruder läuft dann ist das ganz anders dann denke ich da dauernd drüber nach bin unruhig und dann merke ich ich habe zu viel risk exposure quasi ich bin zu sehr diesem diesen kurs risiko ausgesetzt und dann wird es eben zeit aus diesen positionen wirklich komplett raus zu gehen oder wenigstens so weit das runter zu schrauben dass ich nicht das gefühl habe ich muss diese sachen aktiv die ganze zeit managen das dazu gesagt und jetzt noch mal ein paar tipps was man machen kann um solche positionen anzupassen an unterschiedliche marktsituationen denn es ist schon so ich habe zwar gesagt es ist autopilot aber natürlich geht es auch darum solche positionen bewusst zu managen das heißt nicht über zu managen nicht zu viel machen aber natürlich auch wirklich so anpassen dass es optimal läuft und dazu kann man noch ein bisschen was sagen es gibt verschiedene stellschrauben und die zeige ich jetzt mal jetzt zum beispiel hier bei dieser position bei wien ist mit der wir auch angefangen haben man sieht hier also quasi wie viel ich das borrow limit ausgeschöpft habe das heißt wenn das hier auf 100 prozent steigt dann wird ja hier eine liquidierung stattfinden und klar ist ich habe eben gesagt es ist eigentlich egal ob man liquidiert wird oder nicht aber es kann ja situationen geben in denen man einfach keinen bock hat dass eine liquidierung stattfindet zum beispiel wenn man jetzt merkt also hier der bnb kurs der zieht wieder ein bisschen an aber noch so ein kleiner dip ist auch möglich und danach geht es dann richtig hoch ja dann will man natürlich nicht jetzt wegen ganz kleinen dip irgendwie hier eine liquidierung verkraften und dann wäre ja hier quasi die aufgabe mal zu gucken wie verhindere ich eigentlich eine liquidierung da gibt es hier einfach zwei total simple möglichkeiten logischerweise entweder die supply balance muss hoch oder die borough balance muss runter und bei der supply balance wenn ich die hochschrauben will dann gibt es eigentlich nur die möglichkeit hier bei supply etwas mehr einzulegen was man hier machen kann was man hier sogar sehr gut machen kann das ist dass anstatt dass man jetzt nochmal bnb hier nach schießt dass man einfach ein stablecoin hinzufügt in einer bestimmten höhe denn wenn jetzt der bnb dann runter geht dann bleibt aber ein teil des collaterals stabil und das federt im prinzip eine abwärtsbewegung ein bisschen ab wenn ich also stablecoins übrig habe und die hier rein tue auf die supply seite dann kann ich damit schon mal so einen kleinen dip abfedern aber es ist auf keinen fall empfehlenswert hier längere zeit einen stablecoin drin zu haben denn wenn man hier also langfristig denkt und man ist ja jetzt weil man in der position ist auch long bnb das heißt hier wäre es dann also wenn man der meinung ist dass der bnb künftig immer weiter steigt viel schlauer hier nochmal bnb rein zu tun das heißt wir kaufen einfach bnb nach und haben dann auf der supply seite einfach etwas mehr gewicht und auch etwas mehr potenzial als wenn man stablecoin rein tut aber für kurze zeit für kurze dips vorübergehend total okay hier auch mal ein stablecoin reinzupacken und damit dann eben kleine dips auszuhalten zweite variante natürlich borrow market die borrow balance runter zu bringen und das kann man ja nur machen gibt ja nur die eine möglichkeit letztendlich hier b usd zurück zu tun und das wäre da ist natürlich die beste möglichkeit die allererste möglichkeit die sich hier anbietet zu ellipsis zu gehen also in die positionen in die man das was man geliehen hat dann investiert hat und entsprechend wo das war jetzt hier ja letztendlich bei bfi eine ellipsis position die aber bei bfi läuft in einem volt und das heißt ich würde jetzt hier einfach bei bfi hingehen und diese position etwas reduzieren meine stablecoins hier mal vorübergehend rausnehmen indem ich zum beispiel hier bei diesem stablecoin pool etwas entnehme oder was ich natürlich auch machen kann ist hier bei dem bei diesem risikopool wo ja die rewards die hier drin waren dann später reinfließen um eine stärkere vervielfachung hier zu haben also ich könnte natürlich auch den bereich hier irgendwie abbauen und entsprechend in stablecoins umwandeln um dann die borough balance runter zu kriegen so richtig lohnt sich das aber nicht weil hier ist ja das ganze potenzial drin das hier ist eher müde das heißt ich würde natürlich eher hier reduzieren irgendwie in zwei drei tausend dollar ich würde das vielleicht sogar ganz auflösen vorübergehend und dann hier reinstecken indem ich hier busd einzahlen und dann habe ich meine borough balance runter und damit kann ich also verhindern dass hier eine liquidierung stattfindet die ich womöglich ein bisschen vermeiden möchte weil so ein kleiner dip eben hier dann doch eine viel zu große auswirkung hat jetzt die frage was ist mir lieber natürlich ist es viel viel schlauer die supply seite zu erhöhen und die borough seite auch zu erhöhen also das heißt es immer besser diese position zu erhöhen als sie zu reduzieren warum weil solange diese api hier oben positiv ist habe ich natürlich mehr davon wenn hier mehr drin ist wenn ich das reduziere dann ist ja der reward oder die api die ich habe die prozentzahl bleibt mehr oder weniger gleich aber der absolute betrag der wird ja eben kleiner also wenn das hier runter geht oder das hier runter geht dann reduziert sich quasi die api das sind zwar nur kleine beträge in diesem fall hier aber wenn man in diesem da drin ist mit ich sag mal über 100.000 dollar dann wirkt sich sowas natürlich auch schon aus vor allem da ich ja in diesen positionen relativ lange drin bin die ellipsis also oder bifi oder was auch immer das werde ich öfter mal ändern da werde ich also darauf reagieren wie jetzt hier sich die api entwickeln aber dass ich eine long position auf dem bnb stehen habe das wird zumindest im bull market hier eigentlich der dauerzustand sein und das heißt das rechnet sich über das jahr wirklich hier darauf zu achten dass das beides oben ist also dieser instinct den man so hat der in einem so drin ist dass man denkt ich habe schulden die müssen runter dann muss komplett aus dem kopf raus das könnt ihr komplett vergessen denn es ist gut je mehr schulden ich habe desto mehr supply habe ich hier desto höher sind die erträge die ich habe außer natürlich diese api das ist kommt selten mal vor geht ins negative das ist manchmal je nach marktsituation so aber eher selten ja also das sind hier diese zwei möglichkeiten die ich habe das eine also supply hoch borrow runter da würde ich also eher den supply hoch machen indem ich hier stablecoin einlege oder direkt bnb einlege im notfall wenn es gibt ja situationen in denen das dann irgendwie nicht geht und so da würde ich diese borrow balance dann auch reduzieren würde ich aber jetzt also mache ich wirklich total selten das ganze steigt und steigt und steigt und steigt weil ich verdiene ja auch immer mehr daran und je mehr ich verdiene desto mehr assets habe ich auch die ich hier quasi einlegen kann und mit denen die hier für mich arbeiten können dann mal die andere situation was ist jetzt hier im bear market also wenn quasi ich dann merke dass ich short bin mit dem bnb also im bear market würde ich tatsächlich diese ganze position auflösen ich weiß auch nicht wirklich ob ich es riskieren würde eine short position hier draus zu machen weil also diese assets bnb ether bitcoin jetzt nach dem aktuellen kenntnisstand 2021 mit meiner perspektive von vier bis fünf jahren gehe ich davon aus dass die tendenziell eigentlich steigen werden sicher kommt auch noch mal bear market dann gehe ich während alles crasht er aus diesen positionen raus oder ich würde tatsächlich die liquidierung dann akzeptieren und einfach laufen lassen bis es ganz unten ankommt weil ich habe ja die borough seite die ist ja da die habe ich in der hand die würde ich dann im prinzip weil es ja stable coins sind auch irgendwie behalten dann komme ich ja also mit heiler haut aus so einem crash einigermaßen raus jedenfalls stehe ich viel viel besser da als alle anderen die einfach nur rudeln und dann am ende quasi die taschen halten für für die leute die rechtzeitig ausgestiegen sind das ist also hier die idee und dann gibt es noch einen fall ein szenario wo ich wirklich diese ganze geschichte hier komplett auflösen würde und das ist auch wirklich diese woche passiert und zwar ist am donnerstag herausgekommen dass pancake swap so ein update der staking pools macht und das also in folge dessen die ganzen yield aggregator wie zum beispiel beefy oder belt oder autofarm und so dass die ja dann keine rewards mehr bekommen weil die sind ja alle eingestellt auf die alten lps auf die alten liquiditäts pools und haben also wirklich kein upgrade zur hand gehabt um diese um jetzt quasi die assets die die einlegen dann wieder gewinnbringend zu platzieren so dass also wir jetzt in der blöden situation sind dass die für eine vorübergehenden für eine kurze zeit diese staking pools bei beefy die sich mit pancake swap beschäftigen dass die keine rewards mehr bringen und das hat jetzt diese woche dazu geführt dass das die beinen smart chain vorübergehend ziemlich überlastet war und man also überhaupt nicht mehr vernünftig mit der smart chain arbeiten konnte und da war meine überlegung hier wirklich komplett alles aufzulösen denn wenn ich hier nicht mehr handlungsfähig bin weil die beinen smart chain einfach überlastet ist und die transaktionen nicht mehr durchgehen dann ist es allerhöchste zeit hier sich erstmal aus dem staub zu machen denn man kann positionen die wichtig sind die auch hart erarbeitet sind sich nicht komplett selbst überlassen das ist also im prinzip der wahnsinn wenn man sowas macht inzwischen ist es hier auch schon dunkel und ich habe in meinem studio das künstliche licht an also allerhöchste zeit jetzt auch mal das video abzuschließen ich habe euch jetzt alles erzählt was sie über wie es wissen müsst und über cream und über compound und über habe und diese ganzen anderen landing plattformen die sind wertvolle tools wenn es um eure gesundheit geht denn wenn ihr kaffee braucht um euch auf eure trade zu konzentrieren oder wenn ihr dauernd die kurse checkt wenn ihr nachts nicht schlafen könnt weil ihr euch sorgen macht über eure positionen dann ist auf jeden fall euer risiko zu groß daran merkt ihr das als allererstes das ist eine viel bessere metrik eine viel bessere methode das zu erfassen als jede berechnungs methode es ist einfach das bauchgefühl und wenn ihr also quasi nicht in ruhe operieren könnt dann ist euer risiko zu groß und dann müsst ihr das reduzieren deshalb braucht ihr eine landing plattform einen wie zum beispiel venus cream compound oder aber die helfen euch dieses risiko zu steuern während beim hodeln seid ihr dem risiko einfach schutzlos ausgeliefert und ihr müsst wirklich den zeitpunkt abpassen wo ihr verkauft oder wo ihr einkauft das bedeutet kurse checken das bedeutet nachts aufstehen irgendwie noch schnell irgendeinen deal machen alles irgendwie misst am besten macht ihr es irgendwie mit einem risk management das ist sowieso das wichtigste ihr müsst es ja nicht hiermit machen dann denkt euch eine eigene methode aus mich würde interessieren wie ihr das macht schreibt es unten in den kommentar und ansonsten auch fragen beantworte ich ich freue mich über ein like über ein subscribe und ansonsten sehen wir uns dann nächste woche beim nächsten video vielen vielen dank dass ihr dabei wart bis dahin tschüss